Gemeinsam. Europa wieder stark machen. So lautet das Motto der deutschen Ratspräsidentschaft für die Europäische Union. Von Juli bis Dezember wird Deutschland in diesem Jahr den Vorsitz in der EU innehaben. Die Bundesregierung, Abgeordnete aus dem Bundestag, aber eben auch Mitglieder des Bundesrates tragen in dieser Zeit eine ganz besondere Verantwortung für die Ideen und Vorschläge, für die Diskussionen und die Entscheidungen in der Europäischen Union. Wir erleben gerade den größten Einschnitt in unserem Miteinander, in unseren Alltag, in unsere Gesellschaften seit Jahrzehnten. In ganz Europa und darüber hinaus sind die Menschen von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Sie sorgen sich um ihre persönliche Zukunft, aber eben auch um den Zusammenhalt, das Miteinander und die Freiheit unserer Gesellschaften. Darum ist das Motto für die deutsche Ratspräsidentschaft sehr gut gewählt. Die Aufgabe, Europa wieder stark zu machen, geht eben nur gemeinsam. Vor 75 Jahren standen unsere Großeltern und Eltern in den Trümmern des zerstörten Europas. Gemeinsam und oft auch nur mühsam haben sie dieses Europa wieder aufgebaut. Es sei im Ort von Frieden, Wohlstand und Sicherheit geformt. Und vor 30 Jahren haben Menschen in Warschau und Danzig, Prag und Budapest, Leipzig, Berlin und Potsdam die Freiheit in ihren Ländern und damit für ganz Europa errungen. Ein wenig von diesem Mut, der Entschlossenheit und vor allem der Hoffnung dieser Generation wünsche ich mir auch für die Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. In diesem halben Jahr wird es viele Gelegenheiten geben, um miteinander zu überlegen und zu entscheiden, wie es in Europa und mit Europa in der Welt weitergeht. Mitglieder des Bundesrates und des Bundestages laden Abgeordnete aus allen Parlamenten der EU zu diesen Diskussionen ein. Viele der gemeinsamen Gremien der Parlamente wollten in Berlin zusammenkommen. Nun werden wir uns meist nur auf den Bildschirmen der Videokonferenzen sehen. Dank der fortschreitenden Digitalisierung können wir Sie, die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und der EU, an diesen Beratungen über Livestreams teilhaben lassen. Ähnlich wie in der Europäischen Union gibt es auch im Bundesrat eine wechselnde Präsidentschaft. Brandenburg hat diese noch bis zum 31. Oktober inne. Sie steht unter dem Motto Wir miteinander. Und könnte wirklich nicht besser zum Motto der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union passen. Gemeinsam Europa wieder stark machen. Als Präsident des Bundesrates lade ich Sie deshalb alle ein, dabei zu sein. Miteinander in der Vielfalt der Menschen in Deutschland und Europa können wir Europa wieder stark machen. Dazu brauchen wir Sie alle. Das schaffen wir nur miteinander. Das schäuble ist unter dem Motto Wir likt, die 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 Menschen in Deutschland überlebt sind. Das schäuble ist im Globalisierung. Das war die Sie, die Menschen in Deutschland beher НА und die Menschen in Deutschland. Ich darf jetzt in der Schweiz ein. Das macht das, was hat sich bei Ihnen in Deutschland und die Menschen in Deutschland. Was ist wichtig. Das ist ein bisschen mehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.